Hallo! Ganze Rinderrücken voller Maden, Mäusebefall und unhygienische Zustände, Lebensmittelkontrolleure haben in einer bekannten Frankfurter Metzgerei Ungeziefer in Edelfleisch entdeckt. Der Inhaber äußert sich zu den Vorwürfen. Es seien Bilder, die selbst für gestandene Bedienstete nicht alltäglich sind, teilte die Stadt Frankfurt am Donnerstag mit. Bei der Kontrolle eines Metzgereibetriebs im Westen der Stadt entdeckten Lebensmittelkontrolleure tags zuvor unzählige Maden in trockengereiftem Rindfleisch. Auf den vom Ordnungsamt veröffentlichten Fotos ist das Ekelausmaß zu erahnen, deutlich sind die Fliegenlarven im zerlegten Rinderrücken erkennbar. Dabei gilt gerade das abgehangene Fleisch eigentlich als besondere Delikatesse. Der Kilopreis für das edle Dry-Aged Beef liegt den Angaben der Stadt zufolge bei 40 Euro und mehr. Nach HR-Informationen handelt es sich bei dem beanstandeten Betrieb um eine bekannte Traditionsmetzgerei im Stadtteil höchst.